Hallo, namaste, bonjour, hello, welcome to a boat at Motec. Wir sind ein kanadisches Unternehmen, das diese kleinen und hochpräzisesten Industrie-Roboter-Arm herstellt. Wir freuen uns immer, unseren deutschen und europäischen Kunden und Partner herzutreffen. Wir sind vier Demos dieses Woche. Wir haben eine Gluing und Screwing Demo, ein Inspektion System mit einer Kamera, ein Touchscreen Testing System mit einem Force-Feedback-Device und ein Pick-and-Place System mit einem Feedback-Device. Wenn Sie nicht die Chance haben, zu passen bei unserer Booth und zu sehen, diese App-Device in Person diese Woche, Sie können Sie immer auf unsere YouTube-Kanal. Wir sind ein Glück, an den Flugzeugen ausführen. Wir sind herzlich willkommen bei der Luftkommissionale-Armheren. Wir sind eine große Güte für die Fahrt in Deutschland. Wir sind immer ein froh, um zu beendenen, die Fahrt in Deutschland. Wir sind immer ein liebiges Willkommen zur Fahrt in Deutschland. Untertitelung. BR 2018